Hi und willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge von Freitag der 13. Ja, gut, das ist wie gesagt mein zweiter Versuch und ich hoffe mal, dass dieser ein bisschen langlebiger ist als der Erste. Der Erste war schon ziemlich kurz. Na, super. Warum? Jetzt habe ich das X. Jetzt habe ich wieder kein X. Und warum? Also wenn Jason mir auf der Spur ist, dann dauert das schon ziemlich lange dauern, ey. Da ist schon wieder dieses Geräusch. Ist der jetzt schon wieder hier? Okay. Da habe ich so eine Sprühdose und eine Waffe. Okay. Beim ersten Mal hat er gar nichts. Okay, damit kann ich ihn mal einen auf den Deels hauen. Oh. Ein Walkie-Talkie. Was kann ich damit machen? Und ein Messer. Ein Taschenmesser. Okay, ich kann hin und her switchen. Oh, wer ist da? Will die mir was sagen? Okay, versuchen wir, folgen wir hier einfach mal. Vielleicht hat die einen Plan. Okay, hört er uns jetzt eigentlich, wenn wir so am Rennen und jetzt ist schon wieder das Geräusch da. Was hatte die eigentlich in der Machete? Geht da auch irgendwas bei, ne? Na ja, vielleicht sind wir ja zu zweit stärker als allein. Müsste ja eigentlich so sein. So. Ach, jetzt weiß ich auch, dieser rote Balken unter der Map da, da ist sie. Wenn ich renne, also wird das wohl die Ausdauer sein. Ach, im ersten Versuch dachte ich, der zeigt mal an, wo Jason ist. So, erstmal rein hier. Okay, was? Oh, was ist das denn? So eine Leuchtpistole? Okay. Okay, gehen wir mal lieber wieder mit. Obwohl, da vorne habe ich jetzt auf der Karte gesehen, da war Jason. Da ist Jason. Warum geben wir denn auf ihn zu? Oder warum geht sie auf ihn zu? Lieber wieder reingehen, mal gucken. Okay, Polizei kommt. In fünf Minuten. Okay, wo ist Jason jetzt hin? Jetzt bin ich gerade doch wieder allein. Bisher waren noch alle am Leben. Da vorne ist der... Da vorne ist der. Oh. Sie hat einen Benzinkanister dabei. Ich glaube, die hat echt einen Plan. Folgen wir ihr einfach mal. Soll sich der Jason da hinten um... ...die oder den anderen mal kümmern? Okay, ziemlich entspannter Blick haben wir drauf. Nicht so wie der eine im Einspieler, wenn die alle am Feuer stehen. Blattgesicht, das ist echt das Beste. Okay, was will die machen? Das Boot, klar, Schiff. Okay, rechts. Jetzt ist einer erwischt worden. Okay, der erste ist erwischt worden. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Okay, ich muss mir aber gleich auch die Steuerung noch einmal angucken. Da bin ich noch nicht sicher drin. Wo will sie jetzt hin? Na ja. So, kurz einmal drüber schauen. Aim, Flashlight. Ach, Flashlight ist da halt. Attack, Rearview. Ach, da kann ich nach hinten schauen. Okay. Okay. So, das Boot ist ja jetzt schon ein Teil, glaube ich, gemacht. Benzin, beziehungsweise Diesel ist jetzt schon drin. Jetzt brauchen wir, glaube ich, nur noch die Schiffschraube. Ich verstecke mich mal hier drin, mal gucken. Okay, ich kann den Atem anhalten. Würde Jason uns denn hier eigentlich entdecken? Okay. Ziemlich stürmisch, wie wir rausspringen. Ist auf jeden Fall nicht diskret. Oh, da rennt jemand. Oh, der muss in der Nähe sein. Los, los, los. Komm, ab in die Toilette. Oh, Mann. Bemerkt der uns hier? Bemerkt der uns hier? Ich weiß es nicht. Oh, das ist aber auch ziemlich creepy hier. Nur so einen kleinen Ausschnitt, ey. Vor allem hat man jetzt hier keine Map. Man weiß gar nicht, ob der in der Nähe ist oder nicht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Der könnte jetzt auch direkt hier neben dem Häuschen stehen. Ich würde das jetzt ja gar nicht bemerken. Okay, in 1 Minute 15 kommt auf jeden Fall die Polizei. Ja gut, raus müsste ich ja trotzdem. Oh ja, Jason ist da. Jason ist da. Auf der Karte, das seht ihr. Ich werde wieder ins Häuschen. Ja gut, aber irgendwo müssen wir jetzt aber auch noch hin. Okay, okay, okay. Jason ist da vorne. Obwohl, der kümmert sich, glaube ich, um ein, zwei oder sogar drei. Ist das wie der Dings, der wir die ganze Zeit schon folgen? Yo. Hatte die Schiffschraube? Hatte die Schiffschraube? Oh. Habe ich gar nicht bemerkt. Okay, hammerhart. Die hat das Boot klarschiff gemacht, quasi. Wie viel passt denn hier rein? Da müssten drei reinpassen. Oh, oh. Ich sehe kein X, ich sehe kein X. Ich sehe kein X. Doch, da, da, da. Ich weiß nicht, dass er nicht funktioniert hat. Oh, oh. Wie fies ist das denn? Wie fies. Was hat denn jetzt? Haut der einfach ab. Haut der einfach ab. Egal, was hat der noch? Okay. Jace hat bisher immer noch den Eindruck und wir können jetzt glaube ich auch eskaten. Dann werden wir gleich mal nachschauen, falls wir eskaten konnten. Ach, jetzt wird er ein extra Rückmärzer rein. Also lief auf jeden Fall schon mal besser als der erste Versuch. Habe ich jetzt schon mal überlebt. Uh, wen hat einen da? Sehr geil. Erstmal wieder gesund sprayen. Was? Ach, in der Falle. Oh, das ist doch eine Falle, die wir Überlebenden hinstellen können, oder? Das wäre natürlich übel. So und sie ist hier die, die nicht ins Boot kam. Ich hätte noch ein bisschen gewartet, war ja kein Jason da in der Nähe oder so. Soll jetzt nicht irgendwo die Polizei sein? Neun Minuten muss sie jetzt noch generell durchhalten. Okay, da ist noch einer. Oder einen, ne? Okay, die schleichen jetzt auf jeden Fall vor. Wollen die den jetzt hin? Ich habe leider keine Karte, wenn ich an... Oh, jetzt sind sie schon zu dritt. Aber ich habe leider keine Karte, wenn ich hier den anderen zuschaue. Und die Maps kenne ich noch nicht so gut. Oh, jetzt hat er insgesamt schon drei erwischt. Ne, stimmt gar nicht. Ach. Oh, jetzt ist er da. Okay. Man hört aber auch schon die Polizei. Okay, was macht der Jason? Gut, vielleicht ist er doch das erste Mal Jason. Ich frage mich noch, wie ich mich anstellen werde, wenn ich das erste Mal Jason bin. Was macht der denn jetzt da? Wer hat jetzt den Ausgang bewahren? Okay, die konnte sich auch schon mal retten. Okay, konnten sich jetzt alle retten dadurch. Ja, okay, da hat er ja nicht viel erwischt. Okay, das war's mit der zweiten Folge oder dem zweiten Versuch von Freitag der 13. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, würde mich freuen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge, würde ich sagen. Also, ich wünsche euch was. Ciao.